So, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Case. Ja, wir können nicht mehr sprinten, aber hier werden schon eine Kiste. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein Feld anlegen, weil es jetzt das Praktischste ist. Ich denke, das dürfte nachvollziehbar sein. Okay, dann nehme ich jetzt einmal alle Seeds mit. Machen wir auch kurz eine Harke. So, hier. Zwei Sticks, komm, und hier die zwei. Ich kenne die Stonese und es kommt raus eine Stonehoe. Das kann da rein, das kann da rein, das, 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 das. Ne, das nicht. Ich kann da oben hin, dann dausche ich das hier irgendwas aus. Was ist das denn? Das kann ich schon auch am Pflanzen. Da steht Seeds dran. Teeliefs. Habe ich nicht den. Inventory. Nein, ich muss den Recype Mode. Gut. Jetzt aber. Nein, hier. Ne, geht trotzdem nicht. Okay, dann halt nicht. Dann die hier. Und die hier. Und die hier. Doch nicht. Ich weiß nicht, woher man Teelblätter bekommt. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Gut. Ich werde einfach davor gehen, weil da war, glaube ich, Wasser. Und dann dürfte das passen. Ja. Was ich auch noch gerade erfahren habe, ist, dass zur Kunde noch gehört, Portale zu bauen. Oder sowas in der Art. Oh. Hallo Ach komm, das ist doch scheiße Ach komm, das muss ich jetzt auf die anderen Seite Okay, kein Problem So, was haben wir denn hier Bisschen Essen Oho Oho Oho, sind die Ecke mal wieder richtig knellig So Hier ist Wasser Dann werde ich hier mein erstes Feld anbauen Einfach nur so für den Privatgebrauch Wie ich schon gesagt hatte Damit ich dann auch sehr schnell Oder so schnell wie möglich Eben Jetzt mal ganz ehrlich Was hab ich denn mit der Map gemacht Das macht ja jeden Block einzeln Ich glaube ich hab das noch schlimmer gemacht Ne ich hab das nicht schlimmer gemacht Ich hab das schärfer gemacht Vorher war es nämlich unscharf Und jetzt sehe ich scharf wie scheiße das ist So das tut alles sein Muss ich aufpassen Dass ich gleich nichts begegne Das wäre sonst wirklich sehr ungesund Kommt hier mal Kaffee Stiezen Weil ich weiß wegs das nicht Wenn was drüber ist Also wenn ein Block drüber ist So ich hab nochmal Koffee Weg damit Dann habe ich hier einmal Seeds Nein Seeds die kommen hier hin Hier kommen Die Tomato Seeds hin Hier kommen die Mandrax Siezen Hier mache ich ein bisschen Platz So Hier noch Gut das kann ich dann natürlich später nach Belieben auch erweitern Dürfte eigentlich klar sein So Hier vielleicht noch eine Verbindung machen So Dann kommen wir gleich daneben die Erdbeer Seeds Der hier kommt da rüber Das sieht lustig aus Wide Redstone Lamp Oho was da los Äh Water Geht das vielleicht hier drin Irgendwie Nein Hier Achso auf dem Wasser Okay Der Reis kommt hier hin Und der Baum hier Oh hier ist noch irgendwas Ne ich schätze mal das ist noch von Dem Baum da Machen wir kurz weg So jetzt ist alles weg Das nehme ich mit Für blaue Farbe Und dann geht es zurück in unser Häuschen Oder in unser noch nicht existentes Häuschen Das heißt noch bauen müssen Und ja wie jetzt ich auch Ach Gott nicht das So Wie ihr auch seht Ähm ist das dann noch die Alte Map sag ich mal Also vom Alten Server Da muss ich dann noch bis rum fliegen Und das hier alles aktualisieren Aber ich denke das würde Wird früher oder später Äh eh passieren So der ganzen Ananase 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 Ich weiß nicht was die Märze von Ananas ist Die kommen zu mir Hier in dem Bambuswald Habe ich hier noch ein paar Eier Dann hier die Erde Da kann man das Blocks und die Ikone und das und das Und das Apropos Bären Ich habe doch hier noch irgendwo Ich werde jetzt aber auch gleich verziehen Und irgendwo verstecken Oh Hallo Stopp Oh du läufst nicht Gott scheiße Äh ja ich habe hier noch paar Bären Hoffentlich Regeneriere ich jetzt Wenn ich da Oder hoffentlich habe ich genug Damit ich ihm regenerieren kann Ich hoffe mal So und dann Wo waren die denn Hier waren die einen Und die anderen waren irgendwo in der Nähe Die waren in einem Baum Ja So wie weiß ich noch Oh Gott Die fände ich doch nie Die sind weg für immer Da vorne Nein Da Ne Lass mich nicht wundern Wo ist die denn hin Nein 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 Ich habe kein Leben Beat Lass mich in Ruhe Ich werde mich jetzt gleich hier hinten wieder einbauen Und da Dann warten Weil Was soll ich denn jetzt machen Ich meine ganz ehrlich Das ist jetzt eindeutig zu gefährlich Ich werde auf gar keinen Fall nochmal sterben Oder halt Äh Soweit vermeidbar Nicht mehr sterben Ich sollte mir dann Echt mal anfangen Das Haus zu bauen Ja dann werde ich jetzt In die Nachtkultur springen Und bis gleich So Da bin ich wieder Ähm Ja wir haben noch 4 Minuten Ich habe gerade mal nachgeguckt Also so ungefähr Ich denke ich werde noch so um die 5 machen Dann haben wir halt Dann hätten wir halt Die 10 Minuten Voll Weil wir jetzt bei 6 Minuten Irgendwas sind Ja Aber Das ist erstmal so Gut dann werde ich jetzt mal kurz Nach dem Feld gucken Und hoffen Dass da schon was gewachsen ist Weil ich möchte Nicht Kein Essen haben Wäre es ja unpraktisch Oh Da hat sich ja schon ganz viel getan Einzige wo ich was sehe Ist das hier 57 14 29 0 0 Was ist da los Ach hier Kann das sein Dass deswegen die blöcke Andere blöcken so ist So und hier auch noch Um sicher zu gehen So dann werden wir mal kurz Eine Axt bauen Und Eine Spitzhacke Und das Hexenhaus abbauen Ja Ich muss noch kurz warten Bis ich die Hex töten kann Weil ich kein Leben habe Aber Das geht schon klar Und ich werde mir meinen Ofen bauen Oh da oben ist noch Bambus Oh ich kann schon wieder nicht rennen Das gibt es noch nicht Ähm Habe ich gar nichts mehr Ich kann nicht Muskeln essen Oh Lol Okay Ach nein Hm Also sowieso spät Soll es aber nicht bewegen Dann hält das wenigstens noch ein bisschen Das ist hier Was ist das Tinkers Construct Ja da würde ich dann auch Sehr gerne bald anfangen Das gucke ich mir jetzt mal an Ja Getting started Und resubst Okay Ja genau Okay Man braucht Pattern Und man braucht ein Standsortable Ja genau Um dann diese ganz normalen Sachen herzustellen Patterncast Passcrafter Ja ich denke mir das ist alles ziemlich bekannt Hier Dragon Rack kann ich noch nicht Oh baby was ist das denn Ähm Okay 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 Das bringt es nicht Okay 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 Was ist das Genau das brauchen wir dann auch sehr bald Okay Okay Manche ist mal zum wenn ich mir wahrscheinlich noch angucken Gut 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 ja das mache ich eben alles nur um dann Ist sehr gute schwere zu bekommen weil Ja finde ich ganz praktisch eben gutes schwere zu haben ne So ich werde mal kurz zu dem Busch da hinten gucken Ist was Und sonst nirgends mehr Ne Dann muss ich den anderen mal suchen Also das geht doch nicht dass der jetzt einfach weg ist ne Also er ist auch nicht weg aber Ich finde ihn einfach nicht das gibt es doch nicht Genau Oh ja das kann doch nicht sein dass ich ihn jetzt nicht finde Oh Und dann kommen wir die Meinungslosigkeit Ja Ding Wo ist der scheiß denn Mann Ist der vielleicht doch in so einem Baum weil ich die gepflanzt habe Ja okay Das braucht doch alles noch ein bisschen Dann werde ich jetzt mal anfangen das Haus zu bauen Ja Wo ihr alle drauf gewartet habt Der große Moment ich baue mein kleines Sechsenhaus Das wird definitiv nicht groß ich werde dann aber einen großen 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 Einen großen Äh Keller bauen Indem ich dann eben Ich sag mal hobby wissenschaftsmäßig ein bisschen rum experimentiere Wie gesagt auch mit dem Feld eben nicht im großen Stil So wenn ich erstmal das hier auffüllen Gut Oh hier haben wir hier noch Snowball Genau Snowball Ich wusste dass es irgendwas mit Snow zu tun Ich war mir jetzt aber nicht mehr sicher wegen dem richtigen Namen Gut 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 und rein damit Ah ne wir haben zu wenig ist egal wir werden jetzt sowieso gleich was abbauen Ich werde mal hier anfangen So Oh Länglich das liegt daran dass sich das noch in Ein paar Richtungen verändern wird Vielleicht mache ich dann noch so Ähm Wie kann ich das beschreiben Ähm Gar nicht Vielleicht mache ich einfach zwei von diesen ich sag mal Komponenten Nebeneinander Also wie das hier Nochmal eins Da rechts daneben Mal gucken So Gut dann Kommen wir hier über K-Finders Blocks rein Damit eben alles komplett veränderbar ist wie ich das gerade will So gut Oh Ja zum Glück haben wir die auch so schnell echt abbauen Also alles hat seine Vorteile ja Alles gut Äh Oh Ich habe keine mehr Okay das hat keine Vorteile So Mal schnell eine neue machen Ist ja nicht so schwer Ähm Nur nicht ganz schätzen Ne Ich brauche viel mehr Sticks Viel mehr Viel mehr Viel mehr Viel Schon eher Und hier Kann ich auch noch was Dicks machen Scheiß drauf Eins Zwei Drei Fünf Und die Auto mal außen rum Ja Das kennen wir hier inzwischen Oder halt immer noch nicht Oh Gott das geht so nicht Ich mache jetzt hier mal einfach so Zack Zack Und dann Ende Das reicht jetzt aber auf jeden Fall Ob ich das restliche Holz noch wegbekommen Und hier noch Das ist auch schon gut aus So hier rechts Klick dann Ne Shift und rechts Klick Genau dann Nein Doch das vielleicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich habe bestimmt Das richtig gemacht Gut Dann Habe ich noch ein bisschen Mehr davon Da brauchen wir auch Definitiv später noch mehr Und dann auch noch Für die ganz schlichtigen Komponenten Ich werde auch ein Ja Schrägdach Schrägdach machen Und ja Dafür werde ich Auch nochmal hier Ich Guck mal ganz nach Wie das geht Admut Punkt Ähm Garmenters Gar Pan Ters Die hier Teile hier Okay Die gehen aus Dreck Haben wir noch ein paar Und ein paar Sticks Das machen wir jetzt auch gleich ein paar Weil da baue ich dort später Sowieso welche So die Sticks Gehen mir eh früher aus Sag ich ja Acht Stück Ja das wird definitiv Nicht reichen Aber ist jetzt erstmal egal So dann komm hier Ne ich mach jetzt erstmal hier aus Und das kann ich ja dann alles noch verändern Das ist ja hier bei den Blöcken Definitiv kein Problem Die baut man so schnell ab Ne Das merkst du gar nicht So Es ist gerade noch etwas Sehr länglich Sag ich mal Aber das verändert sich Also ich würde dann halt Einfach das gleiche Wie ich hier hab nochmal hier bauen Vielleicht Muss ich noch gucken Das ist alles noch offen Wie ich das mache Ich kann ja auch Dann alles Im Nachhinein nochmal umhindern Wie ich das will Also Überhaupt kein Problem Wenn hier Habe ich irgendwas Für den Boden Nein Ich könnte mal hier Oh Ich hab zu wenig Ich hole noch kurz hier Cobblestone Dass ich mal einen Ofen machen kann Oh Gott Das ist schon wieder dunkel Das gibt es doch nicht Und ich hab schon wieder kein Leben Ach scheiße Naja Ist egal Dann wird es eben nicht passend gemacht So Cobbl 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 So Und dann Ofen Der kommt hier Und der macht natürlich auch noch ein bisschen Licht So wo ist dann hier meine Kohl und mein Eisen Damit ich das einmal schätzen kann Damit ich ihm Eisen habe Ist klar So Dann kommt hier noch Fackeln Hier Hier Und da Um Und Vielleicht noch Hier so Und da Und ich hab sogar noch eine Die kommt nämlich dahin Dann hab ich wieder genug Erde Ach ich hab mehr als genug Um das hier noch richtig zuzumachen Und Dann werde ich mir eine Eisenachs machen Um dann gleich Bäumefellen zu gehen Und zwar ganz viele Und ich werde mir dann noch gleich Ein Eisenschwert machen Ich Davor bin ich aber noch Gucken Ist klar Oh was ist das denn Dener Sensor Äh okay Das geht so Oh Gott Nein natürlich nicht Warum soll das denn schlimm sein Man kann das selber Wenn er jetzt privat ist Auch Ne ich meine So ein Irry life Ja Ist selber auch Im Garten Ammann Und da meckert keiner Obwohl noch Das viel krasser ist Mit der Jobzuweisung Oh oh Auf was für eine Idee Bin ich denn jetzt gekommen Bin ich behindert Oh Gott Ich bin eindeutig behindert Warum renne ich denn da vor Was stimmt nicht mit mir Gott Schneller Hui Gut dann sind wir erstmal sicher Ähm ja und damit ist die Folge auch beendet Ich hoffe es hat euch gefallen Die ist jetzt glaube ich viel zu lang geworden Ja die ist viel zu lang geworden Ja hoffe es hat euch euch gefallen Bis nächstes Mal Gustav und tschö Vielen Dank.